Musik Och komm Jungs, irgendwas reicht hier Den haben wir aber mehr als umgenockt Beide tot Beide Einer meinte ich Mit dem Doppelschuss tot meinte ich eigentlich Wow Achso War ein bisschen verwirrend Man kann hier hoch, genau Sehr schlecht gemachtes Gerät hier Jetzt Ah War überhaupt nicht Gewollt, dass wir hier hoch müssen Verstehe Bob Bob Da geht's auch nicht weiter Naja, da gibt's nur noch eine Richtung Wir laden schon mal hier die Waffe nach Und nehmen aber wieder unsere kostenlose raus Hallo Hallo So Jetzt kommt das mit dem Durchschwimmen, was ich meinte Oh Gott, was ist ein Weg? Ich komme ja kaum raus Ladebildschirm Ladebildschirm Schwimmen Schwimmen Einfach schwimmen Oh 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 Ich speichern mal Sieht sehr interessant aus Was ein Sound Was ein Sound hier, mega laut Oh, was haben wir denn hier? Blue Screen Da, 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 da Tod Geht's wieder nach oben Hier steht zum Glück da Bisschen was zum Laden Hallo Ich hab meine Hand in einem Hintern stecken So, jetzt haben wir das Ding hier angemacht Oh 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 Okay Woah Wir warten, bis der hier da nachschließt. Ich bin jetzt hoch. Ei, 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 ei. Autsch. Da schießt doch einer. Da! Ich hab gedacht, der wird von dem Laser erwischt. Was einem daunt, ey, das hier gemacht. Autsch. Da oben. Wieso kann der da durchschießen und ich nicht? Mann! Autsch. Nein, da muss ich mir jetzt mal durch. Wow! Wow! Wurzel! Okay. Raus hier! Kranker Scheiß, ey, gibt's ja nicht. Versuchen die uns hier alle umzubringen. Wir haben hier mal einen Gang. Ah, mit ein bisschen was an Gedöns. Sehr schön. Wir speichern das doch mal, das Ganze. Wie das Ding rumzugeht. Das schlägt hier alles auf. Ach, schon wieder ein Toter. Ach, das ist ein Spaß, oder? Ach, okay. Ich dachte jetzt, ich muss schon da rüber springen. Damals musste man darüber springen und jeder hat diesen Sprung gehasst. Nicht Spruch. Sprung. Denn wir haben hier einen Weg. Und dort haben wir einen Weg. Da steht schon mal First Aid. Okay, das gefällt mir schon mal. Huh? Wo kommst du jetzt her? Sehr schön. Wo kommst du denn jetzt her? Yeah, let's go. Okay. Das war close. Du bist voll erwischt von wegen, that was close. Die Waffe kann ich ja nicht benutzen, wenn ich den Typ dabei hab. Was sehen wir denn da? Ja, komm, bleib mir bei der Shut. So, du kommst jetzt mit, mein Freund. Wir gehen doch erst bei der anderen Seite gucken. Ach, da kommt man gar nicht auf die andere Seite. Man kommt nur hier runter. Toll. Und hier? Tut man sich das Genick brechen? Okay, alles klar. Du bist natürlich nicht mitbekommen, ne? Wo ist denn der hin? Freund? Hallo? Entschuldigung. Entschuldigung? Komm mit! Komm! Oh Mann! Ich bleibe hier. Lass uns hier rauskommen. Ja dann komm auf. Ich kann hier Hilfe gebrauchen. Du kannst eine Waffe bedienen. Waffen sind gut. Das ist gut. Der kommt schon wieder nicht mit, der Idiot. Sag mal. Ja. Ja, dann... Zack! Was ist mit dir los, hä? Wir sollten wahrscheinlich etwas machen. Komm. 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 Muss ich jetzt extra noch... Ich wollte grad schon sagen, ey. Ah ne, die... War dir nicht die eine offen? Was haben wir denn hier so Feines? Ein Portal! Welches irgendwie ja nicht funktioniert, ne? Es gibt nur... Ach da. Das ist das Portal. Das andere ist das Wiederkommen. Holy crap! But... I... You... But... Holy crap! Ich hab's selbst nicht verstanden. Kommst du bitte? Na dann komm halt eben nicht. Äh... Hallo. Loslassen. Danke. Oh. Aber hier kommen wir doch gar nicht weiter. Da unten ist ein Teleporter-Dingens. Und jetzt? Versteh ich nicht. Ach hier. Auch nicht. Hä? Kommt man hier irgendwo irgendwo runter? Nicht wirklich. Komm mein Freund. Ja. Bin ich auch dafür, dass wir uns mobilisieren. Hier ist alles dicht, dicht, dicht. Da ist eins offen. Und da ist ein Aufzug. Komm mit. Wir gehen erst hier rüber. Oh. Da dran erinnere ich mich. Und das war echt kranker Scheiß, wenn ich das mal so sagen darf. Okay, da kann man runterfallen. Wir gucken erst mal, was da hinten unten ist. Wiii. Fahrstuhl fahren. Das macht einen Spaß. Wiii. Toll. Ah. Trick 17, Seite 18. Wir nehmen die Leiter, die ist um einiges schneller als der blöde Aufzug. Das sieht nicht cool aus. So, wir fangen an. Oh. Verdammt. Na gut, wir speichern. So, zwei. Oder drei. Tor eins, zwei oder drei. Oh, verdammt. Nein, nicht hängen bleiben, nicht hängen bleiben, nicht hängen bleiben. Oh mein Gott, Angst. Oh mein Gott, Angst. Okay, das war aber wieder nichts. Oh Mann, oh. Du, 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 du. Weil's so viel Spass macht. Eins. Zwei oder drei. Autsch. Komm, mach mich platt. Kannst du nicht, hä? Blödes Ding. Also gut, zwei ist absoluter Schrott, außer man erwischt es haargenau. Wir nehmen mal die drei. Öh. Ha, die Leiche ist da durchgeflogen. Ha, die Leiche ist da durchgeflogen. Na gut, wir nehmen also die Eins. Interessant. Da war mein Dial-Alarm. Dial-Alarm. Du, 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 du. Was sind wir denn hier? Was leuchtet da so grün? Es verwirrt mich. Okay, also wir müssen die zwei nehmen. Nur im richtigen Augenblick. Oh nö, komm schon. So, wir lassen uns platt machen, weil wir haben sowieso zu wenig Life. Ich hoffe, die Munition dahinten scheiße ich. So, gut, also wir merken uns. Nur noch rund zwei. Oh nein. Kann man nicht dann ganz normale Wege machen? Muss man denn da unbedingt rumspringen? Okay, zwei. Ach, das ist doch ein Spaß. Kannst du uns nicht platt machen? Mach uns platt. Danke. Oh Mann, oh, meine lieben Freunde. Ich hasse sowas. So, zwei. Jetzt warten, bis das hier vorbeikommt. Okay. Okay. Okay.